Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. Fossilfrei – der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende. Hallo und Willkommen zu Folge 22 von Fossilfrei. An dem Mikro sind wir immer. Wolf. Und mein Name ist Alex. Wir forschen beide am DEW Berlin im Bereich der Energiewende. Und wir freuen uns über alle, die zuhören. Und wenn ihr jetzt das erste Mal dabei seid, dann hört doch vielleicht auch gerne mal in die letzten beiden Folgen rein. Das waren zwei einigermaßen kurze und hoffentlich gut verdaubare Live-Folgen von der langen Nacht der Wissenschaften, die so ein bisschen einen Überblick über den Stand der Energiewende bieten. Und zum Thema Stand der Energiewende geht es gleich passend weiter. Wir reden nämlich in dieser und in der kommenden Folge passend zum Sommer über das Thema Photovoltaik. Was haben wir geplant, Wolf? Also in der nächsten Folge werden wir so ein kleines Update dazu geben, basierend auf unserem Ampelmonitor Energiewende dazu, wie es eigentlich so läuft mit dem Ausbau der Photovoltaik. Also wie viel der Dinger auf die Dächer kommen und auf die Freiflächen. Und vielleicht schon so ein bisschen kleiner Teaser. Es läuft recht gut. Und dazu gibt es auch eine DEW-Studie, die demnächst erscheint, ein kleiner DEW-Wochenbericht. Und in dieser Folge geht es auch über das Thema Photovoltaik, aber es geht weniger um den Ausbau, sondern eher um die Frage, woher denn die ganzen Solarpaneele kommen, die auf unseren Dächern installiert werden im Moment. Und die Frage, ob in Deutschland oder in der EU Geld dafür ausgegeben werden sollte, die Industrie hier zum Beispiel zu subventionieren. Und das ist ganz sicher keine einfache Frage, sondern eine ziemlich komplizierte. Und wir können schon so ein bisschen spoilern. Es gibt auch keine ganz klare, einfache Antwort auf die Frage, ob wir wieder eine eigene Photovoltaikindustrie hier in Deutschland oder Europa aufbauen sollten. Und auch wir beide haben eigentlich keine ganz starke, festgelegte Meinung dazu. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns gedacht, dass wir mal ein paar KollegInnen aus dem Feld anfragen. Und netterweise haben uns einige ein paar O-Töne geschickt und diese werden wir im Laufe dieser Folge abspielen und damit verschiedene Perspektiven und Argumente sortieren. Vielleicht fangen wir aber mal ein bisschen an mit einem kleinen Hintergrund. Wie gesagt, in der nächsten Folge gibt es noch mal deutlich mehr dazu, wie es läuft bei der Photovoltaik. Aber so ein bisschen einordnen sollten wir wahrscheinlich erst mal, wie das eigentlich vor allem global aussieht mit der Photovoltaik. Genau, man kann sagen, im Moment gibt es einen wirklichen Boom der Photovoltaik, sowohl beim Ausbau wie auch bei der Produktion. Und gerade letztere wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich 1000 Gigawatt erreichen, vor allem in China. Also 1000 Gigawatt heißt, die Produktionskapazität aller Anlagen insgesamt würde ausreichen, um in einem Jahr Photovoltaikmodule in Größenordnung von 1000 Gigawatt herzustellen. Nur zum Vergleich, Deutschland will dieses Jahr ca. 13 Gigawatt dazu bauen, also deutlich, deutlich weniger und in den nächsten Jahren immer mehr. Ab dem Jahr 2026 dann gut 22 Gigawatt. Das entsprechen also nur gut ein bis zwei Prozent dieser weltweiten Produktionskapazität. Also sprich, die Weltproduktionsleistung, die wir gerade hätten, die würde schon ausreichen, um mehr als 50 Mal Deutschland zu versorgen mit seinen insgesamt ja doch recht ambitionierten Ausbauplänen. Und jetzt ist es aber so, dass diese 1000 Gigawatt Produktionskapazität weltweit zurzeit gar nicht voll ausgelastet sind. Die wachsen zwar stark, aber gleichzeitig gibt es auch sehr, sehr starke Überkapazitäten. Laut Internationale Energieagentur und einem Bericht vom letzten Jahr sind derzeit wahrscheinlich nur so gut rund 50 Prozent dieser Produktionskapazität überhaupt ausgelastet. Und das führt dazu, dass die eh schon gesunkenen Preise von den Photovoltaic Panels noch weiter gesunken sind, gerade im letzten Jahr. Als Hintergrund ist es wichtig zu wissen, dass die Preise der Photovoltaic Panels schon kontinuierlich am Fallen sind in den letzten 40 Jahren. Und um den Faktor ungefähr 100 seit 1980, aber eben im letzten Jahr noch deutlich mehr wegen den von dir genannten Überkapazitäten. Wir können also festhalten, die Produktionskapazitäten steigen weltweit sehr stark, die Preise fallen sehr stark. Was jetzt wichtig ist zu wissen, diese Produktionskapazitäten, die sind nicht hier in Deutschland und auch kaum mehr bei uns hier in Europa, sondern die sind ganz, ganz überwiegend in China. Ja, man kann sagen, gut 90 Prozent der Wertschöpfungskette, also aller Produktionsschritte ungefähr, finden in China statt. Das ist manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Aber um das zu verstehen, was sind denn die wichtigsten Produktionsschritte, wenn man einen PV-Modul herstellen will, Wolf? Also erstmal brauche ich Silizium oder sogenannte Polysilizium. Da wird erstmal aus im Grunde Sand oder Seziumdioxid dieses Polysilizium hergestellt. Das wird dann in so große Barren gegossen, nennt man Ingots. Und daraus werden so ganz kleine dünne Scheiben abgeschnitten, nennt man Wafer, also sowas wie eine ganz dünne Waffel. Und daraus werden dann die eigentlichen Solarzellen gebaut und dann nennt man wiederum viele Zellen und packt sie in ein Modul, in dem man noch so Leiter drauf macht und einen Rahmen drumherum macht und dafür braucht man dann noch einen Wechselrichter und das kann man sich dann zum Beispiel aufs Dach schrauben. Ja, also es gibt ungefähr fünf Schritte, die du gerade erwähnt hast. Und in diesen fünf Schritten gibt es in der Europäischen Union größenordnungsmäßig zwischen gut einem und 20 Gigawatt Produktionskapazitäten. Das kommt ein bisschen auf den Produktionsschritt an und wir hatten ja gerade die Zahl von 1000 Gigawatt ganz am Anfang erwähnt. Das ist schon mal eine ganz gute Einordnung zu sehen, wie klein die europäischen Produktionskapazitäten im internationalen Maßstab sind. Und am größten sind sie noch am Anfang bei dieser Siliziumherstellung. Das liegt auch daran, dass eben dieses Silizium nicht nur für PV-Anlagen hergestellt wird, sondern auch für Mikrochips. Bei der eigentlichen Zellproduktion ist die Produktionskapazität in Europa total verschwindend, also so in Größenordnung von einem Promille der weltweiten Produktionsleistung. Also zusammenfassend kann man sagen, es gibt sehr umfangreiche Pläne in Deutschland und auch in der Europäischen Union, Photovoltaik-Panels zuzubauen, um eben die Energiewenden und die Klimaziele zu erreichen. Aber gleichzeitig wird das eigentlich komplett mit chinesischen Importmodulen gemacht, weil eben die günstiger sind und weil auch die europäischen Produktionskapazitäten dafür gar nicht ausreichen. Und nun ist die Frage, wie gehen wir damit um? Genau, können wir das einfach so lassen. Importieren wir einfach dauerhaft die Photovoltaikanlagen aus China oder sollten wir hier in Deutschland oder in Europa auch wieder im großen Stil eine eigene Photovoltaik-Produktion aufbauen und das gegebenenfalls einfach auch finanziell fördern. Und dazu haben wir jetzt diverse Statements, O-Töne von geschätzten Kolleginnen und Kollegen bekommen. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem von Claudia Kempfert. Claudia ist hier Abteilungsleiterin in unserer Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DB Berlin und Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Uni Lüneburg. Und sie hat uns folgendes Statement durchgegeben. Ich denke, dass es sinnvoll wäre, die Solarindustrie auch in Deutschland und Europa wieder stärker zu fördern, dass auch eigene Modulproduktionen stattfinden können. Wir sehen, in China wird erheblich subventioniert, was dazu führt, dass die Preise zwar niedrig sind, davon profitiert man ja auch, aber letztendlich auch Dumpingpreise da sind und eine große Abhängigkeit zu China, was in Zeiten geopolitischer Spannung hoch problematisch ist. Auch die USA investieren massiv, auch in die Solarindustrie, was ja auch dazu geführt hat, dass Solarunternehmen auch aus Deutschland wie Mayer-Burger abgewandert sind. Mit dem Inflation Reduction Act investiert man erhebliche Mengen, also bis zu 370 Milliarden sind ja da für den Ausbau der erneuerbaren Energien vorgesehen. Ähnliches könnte man in Europa machen und wird ja auch teilweise gemacht mit dem Project of Common Interest, dass man direkte Investitionen fördert oder direkte Projekte auch über Investitionsanreize fördert. Das ist auf der einen Seite gut, aber es reicht nicht, um wirklich einen nennenswerten Beitrag zum Ausbau der Erdsolarindustrie zu leisten. Und deswegen hielt ich es für sinnvoll. Vorteile sind eindeutig, dass wir weniger abhängig sind, gerade von kritischen Lieferländern wie beispielsweise China, dass wir auch eigene Wertschöpfungen wieder aufbauen können. Man sieht es in den USA, dass dort eben Wertschöpfungen aufgebaut werden, erhebliche Jobs geschaffen werden und ähnliches sollte man in Europa oder in Deutschland auch schaffen. Finanziert werden kann dies. In den USA wird es getan durch die Schließung von Steuerschlüpflöchtern in Deutschland oder Europa durch die Senkung fossiler Subventionen beispielsweise oder jegliche andere Formen der Einkommensgenerierung, in denen man Vorteile für fossile Energien runterfährt oder beispielsweise auch soziale Ungleichheit stärker besteuert über Vermögensteuern oder anderes. Finanzieren ließe es sich. Ich hielte es für sinnvoll aus den eben genannten Gründen. Insofern wäre es aus meiner Sicht ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, würde man die Solarindustrie wieder stärker fördern. Ja, Claudia Kempfer hat fast, glaube ich, hier die Proposition ganz gut zusammen. Sie erwähnt auf der einen Seite, dass eine PV-Industrie in Deutschland oder in Europa Wertschöpfung und Jobs mit sich bringen würde. Das ist natürlich auch eine Absicherung gegen die Abhängigkeit von China sei und auch die Finanzierung und die Machbarkeitsfrage beantwortet sie mit Ja. Als Beispiel werden die USA genannt, die eben auch diesen Schritt gehen und sie bringt verschiedene Beispiele, wie man das finanzieren könnte. Ja, wir haben einen weiteren O-Ton, der in eine ähnliche Richtung geht, aber noch deutlich weiter, würde ich mal sagen. Das ist ein Statement von Carsten Körnig, das ist der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft. Er hat uns ein ziemlich langes Statement geschickt, aber ich glaube, es lohnt sich, alle Argumente mal genau anzuhören. Er sagt bei uns Folgendes. In Folge energiepolitischer Fehlentscheidungen musste Deutschland bereits vor zehn Jahren seine Führungsrolle im Bereich der Photovoltaikindustrie an China abtreten. Was die Installation von Solarmodulen anbelangt, ist unser Land inzwischen zwar wieder vorne dabei. Der weitaus überwiegende Teil der hierzulande verbauten Solarmodule und ihrer Vorprodukte stammt jedoch aus Fernost. Leider müssen wir heute konstatieren, bei der Produktion von Solarmodulen spielt Deutschland inzwischen nur noch in der Regionalliga. Früher als andere Regierungen hat Chinas Staatsführung erkannt, dass mit dem Weg ins Solarzeitalter auch ein riesiger Industriezweig entstehen wird und hat seinen Aufbau systematisch betrieben. In vollautomatisierten Solar-Giga-Faps werden inzwischen in Asien Solarmodule und Solarzellen in gewaltigen Mengen zu sehr niedrigen Stückkosten produziert. Die dort errichteten Solarfabriken verfügen über Produktionskapazitäten, die jeweils in der Regel mindestens um den Faktor 10 größer als die europäischer Solarfabriken sind. Chinesische Solarfabriken verfügen damit über erhebliche Skalen- und Kostenvorteile. Doch Industrie und Wissenschaft sind sich einig, vollautomatisierte Solarfabriken mit vergleichbaren Produktionsvolumina auf vergleichbaren Produktionsmaschinen könnten auch in Europa international wettbewerbsfähig Solarmodule und deren Vorprodukte produzieren. Denn der Faktor Arbeit ist inzwischen nur noch gering und die Einsparung langer Lieferwege spart nicht zuletzt Transportkosten. Wenn wir den erheblichen Wettbewerbsvorsprung Asiens bei der Photovoltaik noch aufholen wollen, müssen wir jedoch eine massive industriepolitische Kraftanstrengung vornehmen. Solare Gigafabriken aufzubauen ist während der Aufbauphase sehr kapitalintensiv. Es wäre geradezu naiv anzunehmen, dass eine Aufholjagd im freien Spiel der Marktkräfte gelingen kann, da Länder wie China, aber auch die USA die Ansiedlung der Solarindustrie großzügig fördern. Um bei der Solarindustrie in Europa wieder den Anschluss zu gewinnen, brauchen wir eine kluge Flankierung einer verlässlichen Energiepolitik durch kraftvolle Anschubanreize für den Aufbau modernster Solarfabriken. Was wir hingegen nicht brauchen, sind Zollbarrieren oder eine Dauersubventionierung. Diese würden die Energiewende nur künstlich verteuern und ausbremsen. Um den Wiedereinstieg in eine international wettbewerbsfähige Massenproduktion solarer Schlüsselkomponenten zu ermöglichen, empfehlen wir die Einführung von Resilienzauktionen und Resilienzbonny im Erneuerbaren Energiengesetz. Der inzwischen von der EU verabschiedete Net Zero Industrial Act hat dafür das Fundament geschaffen und muss nun für das öffentliche Beschaffungswesen und einen Teil der Förderung zielgerichtet auf europäische Wertschöpfung getrimmt und bürokratiearm ausgestaltet werden. Mehr Resilienz bei der Energieversorgung ist sicherlich nicht zum Nulltarif zu haben. Doch die dafür erforderlichen Investitionen im unteren Milliardenbereich dürften sich für Europa volkswirtschaftlich auszahlen. Es bleibt zu hoffen, dass die Politik die Lehren aus den jüngsten Krisen gezogen hat. Lange Lieferengpässe während der Corona-Pandemie und die Preisexplosion beim Gas durch die starke Abhängigkeit von einer Lieferregion, um nur zwei Beispiele zu nennen. Auf die nächsten Krisen und geopolitischen Friktionen sollten wir besser vorbereitet sein. Okay, Carsten Körnig macht hier ein ganz klares Statement. Deutschland nur noch in der Regionalliga, das kann uns natürlich nicht gefallen. Chinesische Fabriken dagegen sozusagen in der Champions League, wenn man in dem Bild bleiben will, sind riesig, haben sehr große Skalen und Kostenvorteile. Aber er macht den Punkt, das könnte hier auch funktionieren. Das spricht praktisch nichts dagegen. Er meint auch, das braucht keine Dauersubventionierung, sondern man muss das nur mal kraftvoll anschieben. Und dann würden sich diese Investitionen eben langfristig auszahlen. Die Frage ist also, ob eine einmalige Anschubfinanzierung tatsächlich ausreicht und es keine Dauersubventionierung braucht. Man muss ja sehen, die China und die USA subventionieren vermutlich auch längerfristig die PV-Industrie. Die Frage also, ob wir mit einem einmaligen Kickstart tatsächlich dann auf so einen Pfad kommen, wo es keine Förderung mehr braucht. Vielleicht auch noch kurz zur Einordnung, die von ihm angesprochenen Resilienz-Boni oder Resilienz-Auktionen. Da geht es darum, dass man bestimmte Segmente im Erneuerbaren-Energien-Gesetz schaffen könnte, die erhöhte Fördersätze zahlen bei den Resilienz-Boni für Anlagen, die eben aus heimischer Produktion sind oder einen gewissen heimischen Anteil haben. Oder bei den sogenannten Resilienz-Auktionen, dass man ganz speziell ausschreibt, eine bestimmte Leistung, so und so viele Megawatt, die dann ausschließlich aus solchen Modulen kommen, die aus unserer eigenen Produktion sind. Das ist also was, was er vorschlägt oder was sein Verband schon länger vorschlägt, was man integrieren könnte ins EEG, was bisher aber noch nicht gekommen ist. Zur Frage der Dauersubventionen sieht nämlich unser nächster O-Tongeber die Frage etwas anders. Und zwar, das ist Falko Ueckert. Er ist Co-Leiter des National Energy Transition Teams am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dem PIK, und auch Kollege im Ariadne-Forschungskonsortium. Und er sieht die Frage so. Die Solar-Fotovoltaik ist die Schlüsseltechnologie für die Energiewende, bei der wir am meisten von Importen abhängig sind. Etwa 90 Prozent der Module, die in der EU installiert werden, kommen aus China. Das heißt, es macht total Sinn, sich da über Resilienz nachzudenken, insbesondere im Krisenfall, insbesondere wenn China zum Beispiel Taiwan angreifen würde. Auch wenn es vielleicht unwahrscheinlich ist, dass es zu einem totalen Handelskrieg kommt und auch wenn Solar-Fotovoltaik vielleicht nicht das Element in einem Handelskrieg wäre, womit man die jeweilige andere Seite am meisten treffen könnte. Und über Resilienz denkt die EU auch nach, zum Beispiel in ihrem Net Zero Industry Act. Da wird Solar-Fotovoltaik zu einer Gruppe gezählt, die als strategisch wichtige Technologie charakterisiert wird. Und für diese Gruppe gilt ein pauschaler Zielwert von 40 Prozent einheimischer Produktion in 2030. Dieses Ziel ist sehr ambitioniert. Und es bedürfte sehr starker staatlicher Eingriffe. Hintergrund ist einerseits, dass wir eben viel weniger produzieren heute. Und andererseits, und das ist eben marktbedingt so, dass die Industrie hier kaum wettbewerbsfähig ist. China kann viel günstiger Module herstellen. Die Anlagen sind viel größer. Die Skaleneffekte drücken die Kosten. Plus, es gibt global Überkapazitäten. Das heißt, eigentlich haben wir, zumindest gemessen an den aktuellen Installationen, zu viel Produktionskapazität. Und gegen all das müsste man gewissermaßen ansubventionieren. Oder aber es mit Zöllen, Importzöllen versuchen. Aber nur Letzteres reicht auf keinen Fall. Diese Maßnahmen sind also sehr stark und relativ teuer. Und insbesondere müsste man auch kontinuierlich zum Beispiel subventionieren, auch wenn der Krisenfall nie eintritt. Und es gibt dann Stimmen in der Debatte, die sagen, man soll da ein bisschen flexibler sein und ein bisschen kreativer über andere Maßnahmen nachdenken, mit denen man Versorgungssicherheit und Resilienz herstellen kann. Der Think Tank Brüggel zum Beispiel schlägt vor, einen systematischen Vorrat, eine strategische Reserve an Modulen in der EU anzulegen. Gewissermaßen einen Puffer für den Krisenfall. Und tatsächlich gibt es heute schon so einen Puffer, aber marktbedingt. Es liegen nämlich in EU-Lagerhallen etwa so viele Module herum, die wir nicht verbauen, wie wir typischerweise in einem Jahr verbauen würden. Also wir haben einfach in den letzten Jahren mehr importiert als installiert. Und das müsste man dann mal systematisch machen und politisch steuern. Und dann hat man im Krisenfall mehr Zeit, um zu reagieren, um dann zum Beispiel eine heimische Produktion kurzfristig aufzubauen, wofür man allerdings ein Minimum an Know-how in der EU belassen müsste. Oder aber um dann zu schauen, ob es Alternativen gibt, international Exporteure zu finden. Die USA zum Beispiel bauen eine eigene Industrie subventionsgestützt auf. Und auch in Indien ist eine Projektpipeline an Produktionskapazitäten geplant. Falko Oeckert stellt den Punkt der Resilienz ganz hoch. Also er sagt, dass natürlich es absolut wichtig ist, oder er sagt, dass wir auf jeden Fall abhängig sind von China im Bereich der Photovoltaik. Und dass die Photovoltaik natürlich eine zentrale Technologie ist bei unserer Energiewende. Das Problem ist erkannt und auch auf der europäischen Ebene erkannt oder auf der deutschen Ebene erkannt. Er erwähnt auch den Net Zero Industry Act der Europäischen Union, der in diesem Jahr verabschiedet wurde. Und der eben vorsieht, dass ungefähr 40 Prozent des Bedarfs im Jahre 2030 in wichtigen Technologien eben in Europa hergestellt werden sollen. Das ist also 40 Prozent der zum Beispiel der Photovoltaik, der zu verbauenden Photovoltaikleistung soll eben in Europa hergestellt werden. Da hat auch die EU zum Beispiel die Zahl 30 Gigawatt genannt. Das ist also relativ viel, wenn man das auch vergleicht, was wir vorhin schon erwähnt haben. Also das wird erwähnt und das sagt er auch. Aber das Problem ist, dass er eben, dass er natürlich auch eher sieht ist, dass China einfach deutlich günstiger ist in allen Belangen. Und dass im aktuellen Stand zumindest die Europäische Union und auch Deutschland eigentlich kontinuierlich, so sagt er, gegen diese Wettbewerbsvorteile ansubventionieren müsste. Also Zölle allein würden da auch nicht reichen. Ja und in einem potenziellen Wirtschaftskrieg mit China, sagt Falko Oeckert, wären wahrscheinlich die Importe von Photovoltaikmodulen aus eben China auch nicht der entscheidende Faktor, der jetzt die europäische oder die deutsche Industrie in die Knie zwingen würde. Was er da sicher auch meint ist, wir haben ja noch ganz andere Verflechtungen mit China in ganz anderen Industrien. Nicht zuletzt bei der Autoindustrie, Maschinenbau etc. Was ich ja auch ganz interessant finde, ist diese Idee von so einer Photovoltaikreserve. Also dass wir einfach, solange die Module so günstig sind auf dem Weltmarkt, einfach auch mehr davon kaufen könnten und die einfach mal so auf Halde legen. Und damit für mögliche Lieferausfälle so ein bisschen Vorsorge tragen. Und das ist ja ganz interessant, diese Reugel-Studie, die er anspricht, da wurde das mal so ein bisschen durchdekliniert, was das heißen könnte, auch wie teuer das werden könnte. Wir verlinken die Studie natürlich. Da ist die Idee, dass man für so einen gewissen Zeitraum, sei es mal zwei, drei Jahre, vielleicht auch mehr, einfach den Ausbau der Photovoltaik sozusagen absichern könnte. Selbst im Fall von so einem künftigen Lieferstopp, indem man einfach diese Module einlagert, bis entweder dieser Lieferstopp vorbei ist oder bis man dann Alternativen gefunden hat. Entweder andere Lieferländer oder eben selbst wieder eingestiegen ist in die Photovoltaik-Produktion. So ein bisschen unklar ist da natürlich dann, wer genau das machen würde und auch was eigentlich mit Photovoltaik-Panels passiert, die dann veraltet sind. Also da sind sicherlich noch einige Detailfragen offen, aber auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Genau wäre anders als bei so einer Gas- oder Ölreserve, wo man einfach das Erdgas oder Erdöl auch jahrelang drin lassen kann. Diese PV-Module, die veralten natürlich technisch so ein klein bisschen, weil die neuen werden immer besser, immer effizienter, im Moment auch immer günstiger. Das heißt, wenn die dann erstmal ein paar Jahre in so einer Reserve liegen würden, müsste man sie wahrscheinlich nochmal extra subventionieren, um sie dann an den Markt zu bringen. Mein Eindruck war, dass auf jeden Fall Falko Ueckert eine Dauersubventionierung eher kritisch sieht. Und der nächste O-Ton steuert da noch eine andere Perspektive bei. Wir hören mal rein, was Andreas Löschel zu dem Thema sagt. Andreas Löschel ist Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Une in Bochum. Und auch Vorsitzender der Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring. Sollen wir in Deutschland oder Europa eine Solarindustrie fördern? Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Solarenergie eine der Schlüsseltechnologien der nächsten Jahrzehnte sein wird. Für die Energiewende einen ganz wichtigen Beitrag leisten wird. Aber es dürfte sehr schwer werden, eine wettbewerbsfähige Solarindustrie in Deutschland zu schaffen und langfristig auch zu halten. Das bedeutet natürlich nicht, dass es eine gute Idee ist, hier Know-how einfach abfließen zu lassen. Deutschland ist ja in der PV-Technologie, auch was den Maschinen- und Anlagenbau angeht, wirklich führend. Und die Forschung ist spitze. Die Frage ist also vielmehr, kann man diesen Vorsprung sichern, ohne dass wir vor Ort in großem Maß auch selber BV-Module herstellen. Langfristig dürfte das schwierig sein, ganz ohne Produktion hier an der Spitze zu bleiben. Und deswegen macht es auch Sinn, eine gewisse Produktion in Europa wieder oder weiter zu haben, um hier solare Wertschöpfungsketten zu haben, die dann eben auch diesen Vorsprung langfristig sichern können. Aber was wir nicht brauchen, ist zwingend eine Produktion in Deutschland oder eine größere Abdeckung der Nachfrage aus heimischer Erzeugung. Ich glaube, das ist nicht notwendig. In der kurzen Frist schon mal ganz sicher nicht. Deutschland ist in der Vergangenheit mit Modulen aus dem Ausland nicht schlecht gefahren. Das hat die Energiewende rasch vorangebracht und die Kosten des Ausbaus für Deutschland doch auch signifikant gemindert. Ja, Andreas Löttl macht hier vor allem so einen technologiepolitischen Punkt. Also er sagt, PV ist so eine Schlüsseltechnologie der Energiewende. Und wir können hier vieles von dem, was man für die PV braucht, auch für die PV-Produktion, können wir eben ziemlich gut. Unsere Forschung ist spitze. Und er macht gleichzeitig den Punkt, dass wir diesen Forschungsvorsprung wahrscheinlich langfristig nur halten können, wenn wir aber hier auch in Deutschland, Europa eben auch tatsächlich was herstellen. Denn es ist ja tatsächlich so, dass die Forschung, die passiert nicht nur im Labor, es geht ja nicht darum, unter Laborbedingungen die allerbeste Solarzelle herzustellen, sondern zunehmend ist es ja auch wichtig zu wissen, wie man das in ganz großem Umfang, in sehr guter Qualität, zu geringen Kosten eben auch herstellen kann. Und gerade diese Art Wissen, die hat man natürlich nicht, wenn man gar nicht selber produziert. Und er kommt eben von dieser technologiepolitischen Seite und nicht von der Seite, wir müssen die Energiewende absichern. Er sagt auch ganz konkret, wesentlich einen Teil der Nachfrage abdecken, das brauchen wir nicht oder das wäre vielleicht auch viel zu teuer. Genau, also Andreas Löschel ist auf jeden Fall kritisch, dahingehend, dass jetzt man nicht unbedingt die heimische Nachfrage hier auch heimisch decken müsste. Das geht so ein bisschen gegen die Intentionen des vorher erwähnten Net Zero Industry Act der Europäischen Kommission. Fand ich ganz interessant. Was aber auch, glaube ich, relevant ist, und das hast du gerade erwähnt, Wolf, ist eben die Frage, wo liegt eigentlich die Technologie? Liegt sie vor allem im Labor oder liegt sie in der Produktion? Und dazu kann noch der nächste O-Ton von Carsten Pfeiffer etwas beitragen. Carsten Pfeiffer ist Leiter Strategie und Politik beim Bundesverband Neue Energiewirtschaft und auch Mitglied im PV-Thinktank. Und er war schon mal bei uns zu Gast in Folge 5, da haben wir beide uns ja schon ganz prima mit ihm unterhalten. Die Ausbaudynamik der Photovoltaik ist beeindruckend. 1000 Gigawatt Produktionskapazität 2024. In wenigen Jahren werden wir das als jährliche Installationsrate haben und da kann noch einiges dazukommen. Daher wäre es wünschenswert, wenn auch europäische Unternehmen mitspielen könnten. Dafür bräuchten wir aber Unternehmen, die es mit chinesischen Solarriesen wie Ginkgo Solar aufnehmen könnten. Die Produktionskapazität von Ginkgo Solar liegt bereits deutlich oberhalb der Größe des europäischen Marktes. Dazu brauchen wir Unternehmen, die es mit den chinesischen Unternehmen aufnehmen wollen und wir brauchen einen entsprechenden politischen Willen in Brüssel und Berlin. Sowohl in den Unternehmen als auch in der Politik denkt man aber mindestens eine Größenordnung unterhalb der Ebene, auf der man mithalten könnte. Damit sind die Grundlagen für den Aufbau einer wettbewerbsfähigen heimischen Solarindustrie schlichtweg nicht gegeben. Das mag man bedauern, aber es hilft auch niemand, vor der Realität die Augen zu verschließen. Fazit, ohne Gewinnermentalität kann es keine Erfolgsstrategie geben. Ja, ich finde es ganz witzig, dass er sagt, ohne Gewinnermittelligkeit kann es keine Erfolgsstrategie geben. Er meint damit wahrscheinlich, dass wenn man die PV-Industrie in Deutschland oder in Europa subventionieren will, dann sollte man es richtig machen. Also ganz oder gar nicht. Und er erwähnt natürlich auch die 1000 Gigawatt Produktionskapazitäten, die wir auch schon erwähnt haben. Und er erwähnt natürlich auch die Tatsache, dass es einfach in China, wie auch schon von Herrn Körnig angemerkt, riesige Produktionskapazitäten gibt, die deutlich über dem sind, was der ganze europäische Markt eben produziert, aber auch nachfragt. Von daher ist eben das Argument der Größe entscheidend, aber Carsten Pfeiffer ist eben auch durchaus skeptisch, ob eben der politische Wille eben da ist, einen solchen Kraftakt zu leisten, um zu sagen, ja, wir wollen da mitspielen im Weltmarkt, aber da muss man eben auch wahrscheinlich doch einiges an Geld in die Hand nehmen, um eben diese Größordnung aufzubauen. Und ich kann mich erinnern, dass er damals in unserer Folge 5 schon sowas ähnliches mal gesagt hat. Da war es, glaube ich, wer nicht kämpfen will, hat schon verloren. Also sprich, wie du es gerade formuliert hast, ganz oder gar nicht. Also da will man nicht kleckern, da muss man so richtig klotzen, wenn man wirklich mithalten will. Und in gewisser Weise ist das so ein Widerspruch zu der Position von Andreas Löschel, die wir vorher gehört haben, der gesagt hat, man braucht nur so eine gewisse heimische oder europäische Produktion, um sozusagen auch unsere Forschung hier zu halten. Carsten Pfeiffer argumentiert dagegen ähnlich wie der Bundesverband Solarwirtschaft. Wenn wir das machen, dann muss es richtig, richtig groß sein. Und unser nächstes Statement kommt von jemand, der sagt, der würde das vielleicht gar nicht abstreiten, dass das richtig, richtig groß sein müsste. Aber er fragt, ob das denn überhaupt sinnvoll ist. Und das ist Christoph Maurer, er ist Geschäftsführer des energiewirtschaftlichen Beratungsunternehmens Consentec und, ich würde mal sagen, auf Social Media in ganz vielen energiewirtschaftlichen Debatten präsent. Er hat uns folgenden Autoren geschickt. Ich bin sehr skeptisch, ob es Sinn macht, mit staatlichen Mitteln Produktion von PV-Zellen und Modulen in Europa und insbesondere in Deutschland zu fördern. Der wesentliche Grund liegt darin, dass ich nicht erkennen kann, dass wir bei dieser Technologie, die auch keine wirkliche Hochtechnologie im engeren Sinne darstellt, in Europa und insbesondere in Deutschland mit unserem relativ hohen Lohn und vor allem Energiekosten komparative Vorteile haben. Im Gegenteil, ich würde befürchten, dass wir Ressourcen ineffizient einsetzen und damit die Energiewende teurer machen. Auch aus einer industriepolitischen Perspektive scheint mir eine Intervention hier sehr viel weniger zu rechtfertigen, als zum Beispiel bei der Automobilindustrie, die in vielen europäischen Ländern ein Kernbestandteil der industriellen Identität ist und die auch enorme Bedeutung zum Beispiel für zu viele Lieferindustrien mit hoher Wertschöpfung hat. Natürlich spielt die Frage der Sicherheit eine Rolle, wenn der weit überwiegende Teil der Module aus China kommt. Aber anders als zum Beispiel bei der Abhängigkeit vom russischen Gas sind die PV-Anlagen ja da, sie hören im Fall eines Konfliktes nicht auf, zu produzieren. Der Worst Case wäre, dass man in einem solchen Konfliktfall alternative Produktionsstandorte und Bezugsquellen erschließen müsste. Das ginge sicherlich nicht von heute auf morgen, man würde aber auch keine Jahrzehnte verlieren. Und vor diesem Hintergrund wäre ich sehr skeptisch bezüglich einer staatlichen Förderung von PV-Produktion in Europa. Ja, vielleicht fangen wir mal beim letzten Punkt an, den er hier gemacht hat, nämlich diese Vergleichbarkeit mit dieser Abhängigkeit beim russischen Gas. Das hatten wir auch vorher zum Beispiel bei Carsten Körnig schon gehört, als Motivation, uns abzusichern. Er macht jetzt hier den Punkt, dass der Fall doch ganz anders liegt, nämlich dass diese Anlagen, die wir schon haben, wir einfach weiter produzieren würden. Man könnte also auch sagen, Photovoltaik ist mehr so eine Bestandsgröße, alles was sie haben, haben wir. Und es ist keine Flussgröße wie jetzt Erdgas, was sozusagen verbraucht wird und ständig neu nachkommen muss. Und ich denke, es gibt wahrscheinlich noch mehr Unterschiede, nämlich bei der Photovoltaik haben wir vermutlich aufgrund dieser Unterschiede einfach ein bisschen mehr Zeit, Ausweichoptionen oder alternative Optionen zu finden, als jetzt beim Erdgas, wo sehr kurzfristig diese Lieferunterbrechung einfach tendenziell problematisch war. Wir könnten ja auch dann im Zweifel mehr Windkraft ausbauen oder andere erneuerbare Energien stärker nutzen. Oder würden im schlimmsten Fall vielleicht mit unseren Klimaschutzbemühungen etwas zurückfallen, aber es wäre weniger disruptiv als so ein Erdgasausfall. Ich glaube, das kann man schon nachvollziehen, das Argument. Und insgesamt ist Christoph Maurer eben sehr skeptisch, was die Subventionierung von der Solarindustrie in Deutschland oder Europa angeht. Das sieht er vor allem deswegen, weil er weder glaubt, dass das eine Technologie ist, die man hier unbedingt haben müsste im Sinne einer Hochtechnologie. Und er glaubt auch nicht, dass die PV-Industrie eben ein sogenannter Kernbestandteil der Industriellen in der Identität ist. Also wie zum Beispiel die Autoindustrie mit vielen verzweigten Zulieferern. Ja, von daher, wie du auch gerade gesagt hast, eben, und das Abhängigkeitsargument findet er auch nicht so wahnsinnig überzeugend. Von daher ist er insgesamt doch eher skeptisch, ob man eben dafür öffentliche Mittel aufwenden sollte. Ja, und er macht noch einen ganz anderen interessanten Punkt, nämlich, dass er sagt, wir haben eigentlich gar keine komparativen Vorteile wegen unserer hohen Lohn- und Energiekosten. Vielleicht, um das kurz einzuordnen, so Ökonomen sprechen von komparativen Vorteilen. Dann, wenn ein Land etwas eben besonders gut oder besonders günstig machen kann, dann ist es zumindest dem Lehrbuch nach eigentlich ideal. Ein Land spezialisiert sich auf sowas und ein anderes Land, das was anderes gut kann, spezialisiert sich auf was anderes. Und dann handelt man und beide sind besser gestellt. Im Lehrbuch wird dann immer das Beispiel England und Portugal genannt aus dem, glaube ich, 18. Jahrhundert, wo Portugal gut in der Herstellung von Wein gewesen sein soll und England in der Herstellung von Stoffen. Heute, glaube ich, auch nicht mehr. Aber statt, dass sich beide Länder auf 50-50 die Produktionen teilen, sollten eben alle, soll eben England sich vor allem auf die Herstellung von Stoffen fokussieren und Portugal auf den Wein. Dann könnten sie eben beides besser machen und dann beides einfach austauschen und alle sind besser gestellt. Und um in dem Beispiel zu bleiben, das hieße dann eben, dass wir eben dauerhaft die Photovoltaik von den Chinesen beziehen, wenn die das einfach so viel billiger herstellen können. Und dazu ist vielleicht ganz interessant, es gibt einen Bericht der Internationalen Energieagentur vom letzten Jahr, den wir hier auch verlinken, wo dargestellt wird, dass tatsächlich der Großteil der Kosten der Photovoltaikproduktion gar nicht die ursprünglichen Investitionen in die Anlagen sind, sondern die laufenden Kosten, die Betriebskosten für Energie und die ganzen Materialien und Komponenten und Arbeit oder Lohn. Und das heißt halt, dass selbst nach solchen erfolgten Anfangsinvestitionen, die wir vielleicht fördern würden, nach so einem Aufbau von so einer Fabrik, trotzdem wir immer noch mit den Betriebskosten oder den hohen Lohn- und Energiekosten umgehen müssten. Und dann ist einfach die Frage, welche Erwartungen haben wir langfristig? Wird China einen Energiekostenvorteil behalten oder nicht? Und das gibt auch natürlich so ein bisschen dem Statement von Falko Oeckertrecht, der ja auch gesagt hat, dass man wahrscheinlich langfristig schon die PV-Industrie eben ansubventionieren oder durchsubventionieren müsste. Und jetzt hören wir mal, was jemand dazu sagt, den vielleicht viele von euch kennen als einen ausgesprochen profilierten Fürsprecher der Photovoltaik. Er ist sehr bekannt auch als Podcast-Host, ist aber im Habberuf Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin. Das ist Volker Quaschning. Und er hat uns folgendes Statement geschickt. Um das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten zu können, müsste der Solarenergieausbau in Deutschland gegenüber 2023 ja nochmal etwa verzweifacht werden. Wichtig wäre dazu, dass wir preiswerte, qualitativ hochwertige Solarmodule haben und natürlich auch eine sichere Materialversorgung. Chinesische Solarmodule, die sind wirklich preiswert. Die Qualität, die stimmt auch in vielen Fällen. Bleibt die Frage, ob eine sichere Materialversorgung immer gewährleistet werden kann. Aber schauen wir, selbst in einem Handelskonflikt mit China ist ein kompletter Einbruch der Solarmodullieferungen eher unwahrscheinlich, da sich China mit einem Lieferstopp für Solarmodule mehr selbst schaden würde als Deutschland. Also insofern wird es da weitergehen. Bleibt die Frage, ob wir weiterhin einen Großteil der Energiewendekomponenten aus China beziehen wollen, anstatt diese selber herzustellen. Der technologische Vorsprung von China bei der Solarmodulhersteuerung ist inzwischen allerdings sehr groß. Das heißt, der Wiedereinstieg in nennenswerte Produktionskapazitäten wäre ohne eine massive öffentliche Förderung nicht möglich. Und dann muss die Gesellschaft die Frage beantworten, ob wir dafür signifikante Steuermittel einsetzen wollen oder ob wir angesichts knapper Haushaltsmittel andere Prioritäten setzen sollten. Ja, also Volker Quaschling hebt nochmal die Wichtigkeit der PV hervor. Aber natürlich sagt auch, dass China einen wahnsinnigen Vorsprung hat und dass ein Wiedereinstieg eben eine massive Förderung nach sich ziehen würde. Und es letztlich, so sagt er, eine politische Entscheidung ist, ob man nun dafür Geld ausgeben will. Was er auch meint ist, und das können wir gleich nochmal diskutieren, ob in einem Handelskonflikt China sich selbst mehr schaden würde, wenn es den Export von PV-Modulen nach Europa und Deutschland einstellen würde, als es unschaden würde. Ja, da ist ja relativ klar, sagt, also China würde sich selber mehr schaden. Die können eigentlich kein Interesse an so einem Importstopp haben. Und wir hatten auch im Nachgang nochmal uns kurz ausgetauscht, hat er auch nochmal explizit gesagt, ja, er denkt, die wirtschaftlichen Auswirkungen für Deutschland, die wären doch eher mäßig. Also vielleicht könnten wir unsere Klimaziele nicht erreichen, wenn wir keine PV mehr aus China bekommen. Aber insgesamt wäre das wirtschaftlich für uns vermutlich keine sehr große Problematik. Und ich denke, da hat er wirklich einen Punkt, also wenn wir mit China in einem großen Handelskrieg wären, dann hätten wir sicher noch ganz andere Probleme als den Ausfall der PV-Importe. Wir sind ja auf ganz vielen Ebenen verflochten. Also kann man, glaube ich, auch so oder so sehen. Wir hatten auch vor zehn, zwölf Jahren bei Russland den Eindruck, Russland würde sicher auch niemals uns das Erdgas abdrehen, weil die haben ja auch ein großes Interesse daran, uns das Erdgas zu liefern und können das auch kurzfristig gar nirgendwo anders hin liefern. Am Ende kam es doch anders, wie wir inzwischen alle wissen. Also so ganz sicher sein kann man sich dann vielleicht doch nicht, was Staaten im Zweifel machen würden, auch wenn es gegen ihre Interessen ist. Aber zumindest wären die Auswirkungen wahrscheinlich im Bereich der Photovoltaik nicht so groß wie eben bei Russland. Und das haben wir auch schon im folgenden Statement ja schon diskutiert von Christoph Maurer, der ja auch gemeinte, dass die Auswirkungen nicht so dramatisch sind, wenn eben in einem Jahr mal keine Photovoltaik-Panels nach Europa kämpfen. Ja, dann haben wir noch ein Statement für euch im Angebot. Und das ist von Paul Lehmann. Er ist jünger Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Umwelt- und Energieökonomik an der Uni Leipzig und auch täglich am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Die geübten FossilfrahörerInnen werden vielleicht denken, Paul Lehmann, das ist doch der Windkraftmann, den wir in der früheren Wolke schon dabei hatten. Aber er hat auch was zur Photovoltaik zu sagen. Und das fasst einige der vorher gemachten Punkte, glaube ich, nochmal ganz schön zusammen. Und das hören wir uns jetzt mal an. Für die Frage, ob die Solarindustrie in Deutschland oder in der Europäischen Union gezielt gefördert und wieder angesiedelt werden sollte, muss man, glaube ich, zunächst klarmachen, um welches politische Ziel es eigentlich geht. Ich nehme in der Debatte klimapolitische, sicherheitspolitische und auch industriepolitische Argumente wahr. Ich würde diese Ziele aber klar auseinanderhalten, denn sie erfordern unterschiedliche Maßnahmen und es kann auch zu Zielkonflikten kommen. Klimapolitisch könnte man eigentlich sogar argumentieren, dass gar kein Handlungsbedarf besteht. Im Gegenteil, kann man ja froh sein, dass wir gerade PV-Module aus China im Überfluss und so billig wie nie haben, denn gerade das hilft uns ja auch, gerade auch die Ausbauziele in Deutschland zu erfüllen, ja sogar überzuerfüllen. Sicherheitspolitisch kann man dann natürlich zu Recht einwenden, dass diese einseitige Abhängigkeit problematisch ist, weil sich Deutschland oder die EU politisch erpressbar machen, weil langfristig bei einem chinesischen Ausfuhrstopp dann sogar die Energiewende in Stocken geraten könnte. Insofern, finde ich, kann man für eine Diversifizierung argumentieren, die aber, denke ich, mindestens zwei Anforderungen erfüllen muss. Sie muss nämlich weiterhin so international wie möglich sein, damit Vorurteile internationaler Arbeitsteilung genutzt werden können, denn das war ein maßgeblicher Treiber für die Kostendegression, die wir in der Vergangenheit beobachtet haben. Das heißt, wir müssen sie mindestens europäisch denken, am besten aber auch Staaten jenseits der EU ins Boot holen, die sicherheitspolitisch unbedenklich sind. Und sicherheitspolitisch kann man umgekehrt dann auch nicht sagen, dass Industrie unbedingt in Deutschland angesiedelt sein muss. Und die zweite Bedingung ist, dass die Diversifizierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette erfolgen muss, denn sicherheitspolitisch wäre wenig gewonnen, wenn wir die Modulproduktion zum Beispiel nach Deutschland oder in die EU verlagern, aber die Waiver weiterhin aus China kommen. Das heißt, hier kann staatliche Förderung gerechtfertigt sein. Weniger sinnvoll finde ich zum Beispiel solche Lösungen wie Resilienzboni, die in der Vergangenheit diskutiert wurden, einfach weil man damit förderfreie Photovoltaik gar nicht erfassen kann. Man reduziert Importabhängigkeiten nur bedingt, weil man nicht genau weiß, welcher Anteil wird denn jetzt einheimisch und welcher nicht produziert. Und man schafft zudem zusätzliche administrative Flaschenhälse bei Ausschreibungen, die den Ausbau verlangsamen können. Neben diesem sicherheitspolitischen Argument ist aber das dritte Argument eben auch noch ein industriepolitisches Argument. Da kann man dann durchaus auch dafür argumentieren, dass wir insbesondere in Deutschland wieder Solarindustrie ansiedeln sollten. Allerdings muss man dann nochmal sehr viel stärker schauen, wo und welche Technologien sollen denn genau gefördert werden. Denn ich würde argumentieren, industriepolitisch ist es wenig aussichtsreich, jetzt einfach etablierte Technologien, Produktionskapazitäten für etablierte Technologien, die es in China bereits gibt, in Deutschland zu duplizieren. Es ist völlig aussichtslos, dass man damit den Wettbewerbsstandort Deutschland sichern kann. Das heißt, man muss sehr stark auf neue, innovative Technologien schauen, die noch einmal am Anfang ihrer Entwicklung stehen, wo Deutschland perspektivisch einen Wettbewerbsvorteil haben und auf diese Technologien fokussieren, wenn man staatlich hier den Ausbau von Produktionskapazitäten fördern möchte. Ja, Paul Lehmann fasst einiges zusammen, bringt aber auch nochmal ein bisschen neue Punkte rein. Also gerade diese Differenzierung Klimapolitik, Sicherheitspolitik oder Absicherungspolitik und Industriepolitik finde ich nochmal ganz interessant. Der letzte Punkt, Industriepolitik, da geht er ja recht weit und sagt, okay, wenn wir was machen wollten, dann müsste das wirklich Förderung von ganz neuen Technologien sein. Es ist ja auch bei der Photovoltaik so, dass es da durchaus noch ganz viel Entwicklung gibt und neue Konzepte. Also er spricht sich hier dafür aus, wenn wir einsteigen würden, dann noch was richtig Neues zu machen, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass wir da nicht mehr gegen ankämpfen, gegen eine etablierte und hochskalierte Technologie von Solarzellen, wie wir sie heute kennen, sondern eben in was ganz Neues. Und diese Hoffnung, die haben ja viele BeobachterInnen bei verschiedenen solchen Energiewendetechnologien, dass man hofft, bei Innovationen später wieder einsteigen zu können und nicht sozusagen den Chinesen hinterherläuft in der Produktion von bestehenden, sondern gleich, wo Neues reinspringt. Bei Batterien zum Beispiel sehen wir das auch so. Ist eben die Frage, kann das tatsächlich gelingen, dort dann neu einzusteigen oder bauen nicht die neuen Innovationen doch auch in vielerlei Hinsicht auf, auf solchen bestehenden Industriestrukturen? Das ist, glaube ich, eine relativ offene Frage. Ja, neben der Frage der Industriepolitik und da muss man ja auch noch mal einen Punkt sagen, den haben wir ja jetzt eigentlich in der ganzen Folge noch gar nicht so groß erwähnt. Die Frage der Jobs kam, glaube ich, ganz am Anfang noch mal beim ersten Statement vor, dass ja gar nicht mal so viele Jobs an der Industrie hängen. Vor allem die meisten hängen beim Aufbau der PV-Module auf die Dächer, aber die Produktion an sich ist gar nicht mal so jobintensiv. Aber neben diesem industriepolitischen Argument, das eben auch die Jobs vielleicht inkludiert, ist eben die Frage bei klima- und bei sicherheitspolitischen Fragen, die er noch mal aufwirft. Und ich glaube, er hat da schon einen Punkt bei der Klimapolitik. Insgesamt läuft es ja ganz gut. Die Frage ist natürlich, wenn eben China nicht mehr liefert, was machen wir dann? Müssen wir sich dagegen nicht absichern? Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, der Sicherheitspolitik. Und da sagt er natürlich, wir sollten nicht anfangen, jetzt nur auf uns zu schauen, auf Deutschland oder auf die EU, sondern das schon ein bisschen weiterdenken. Also kann man zwischen China und Deutschland und der EU noch vielleicht das ein bisschen öffener, ein bisschen offener denken. Und zwar eben so international wie möglich. Also einfach, dass man versucht, eine Diversifikation zu erreichen, statt zu sagen, wir versuchen, so viel möglich wie hier zu produzieren. Ja, und ich glaube, der Punkt ist vor allem wichtig, dass er sagt, das entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu machen. Es bringt uns ja jetzt nicht so viel, wenn wir jetzt zum Beispiel nur dieses Zusammenfassen von Zellen in Module bei uns machen oder irgendwo in einem dritten Land machen, wenn die Zellen nach wie vor alle aus China kommen. Also wenn man diversifizieren will, dann muss man wahrscheinlich wirklich auf allen diesen vorher genannten Stufen vom Silizium bis zur Zelle tatsächlich diversifizieren. Er hat auch noch die Resilienz-Boni angesprochen, auf die ja auch der Carsten Körnig vom Bundesverband Solarwirtschaft zu sprechen kam. Paul Lehmann ist hier eher skeptisch, ob das sinnvoll ist, unter anderem wegen administrativen Flaschenhelsen und auch weil diese Importanteile eben nicht so leicht zu fassen sind. Wir wollen den Punkt hier auch gar nicht bewerten, aber zur Info auch für die Hörerinnen, diese Resilienz-Boni, also ein extra Einspeisetarif für Anlagen, die aus heimischer Produktion kommen, diese Boni haben es also nicht ins Gesetz geschafft und auch nicht in das jüngste sogenannte Solarpaket geschafft. Also wir haben die de facto bisher nicht. Ja, das war das letzte Statement, was wir erhalten haben. Erstmal wollen wir uns ganz herzlich bedanken für die O-Tönen, die wir erhalten haben, die sehr interessant waren und glaube ich die Debatte sehr gut widergespiegelt haben. Und ich glaube, es ist klar, was wir am Anfang schon wussten, die Frage ist nicht einfach und es gibt auch keine einfache Antwort. Es gibt einfach so einen ganz zentralen Zielkonflikt oder einen Trade-off, wie die Ökonomen vielleicht sagen würden, nämlich niedrige Ausbaukosten jetzt, indem wir einfach alles aus dem Land importieren, das uns das am billigsten anbietet, gegenüber diesem Risiko von diesen geopolitischen Abhängigkeiten, die sich vor allem so mittel- und längerfristig dann auswirken. Und wir haben dieses große Thema Industriepolitik. Also ist es auch in unserem wirtschafts- und industriepolitischen Interesse, Photovoltaik tatsächlich hier im Land zu produzieren oder in der EU zu produzieren oder brauchen wir das eigentlich gar nicht? Und die Frage ist eben bei der Absicherung, ob man nicht noch andere Wege finden könnte, statt die Produktion selbst hier in Deutschland oder in der EU zu herzustellen. Wir haben über die PV-Reserve kurz gesprochen. Man könnte aber auch eben einfach versuchen, die Importe weiter zu diversifizieren. Und überhaupt, wo haben wir auch darüber gesprochen, ob eine Abhängigkeit von China eben vergleichbar ist mit anderen Abhängigkeiten, die oft eben als Vergleich herangezogen werden, eben wie zum Beispiel Erdgas und Russland. Und eine Möglichkeit, sich abzusichern, ohne jetzt eine eigene Industrie aufzubauen, könnte tatsächlich sein, dass man einfach mal Module auf Halde legt, also so eine Art Photovoltaik-Reserve schafft. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, der es auf jeden Fall wert wäre, noch mal ein bisschen länger darüber nachzudenken, ob und in welcher Form man das machen könnte. Völlig unabhängig davon könnte man ja auch einfach zum Schluss kommen, Im Moment gibt es Überkapazitäten. Photovoltaik ist so günstig wie nie. Wir können doch einfach auch noch ein bisschen schneller ausbauen. Also nicht nur wir hier in Deutschland, sondern wir in der ganzen EU. Lasst uns doch einfach noch schneller, noch mehr Photovoltaik installieren, solange wir können. Denn alles, was wir mal haben, haben wir dann auch. Genau, damit wäre das Problem nämlich auch gelöst. Zumindest den Aufbau. Natürlich muss man auch die vielleicht alte Module irgendwann mal ersetzen. Aber eine große Frage wäre damit schon gelöst. Wir würden uns auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr, wenn sie uns ihre Meinung zu dem Thema schicken würden oder auch generell Anmerkungen, Fragen oder Kommentare zu der Folge. Das geht nämlich immer über unsere schon bekannte E-Mail-Adresse fossilfrei.dew.de und auch über verschiedene soziale Medien. Ja, wenn ihr das dort macht, sei es jetzt LinkedIn oder Blue Sky, vielleicht auch Mastodon. Wenn ihr uns da antagt, dann werden wir davon Notiz nehmen. Und ich glaube, dann diskutieren wir auch ganz gerne mit. Ich glaube, das ist ein Thema, wo viele vielleicht eine eigene Meinung haben und was dazu sagen können. Macht das ruhig. Wir gucken mal, dass wir die Diskussion aufgreifen. Und auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn ihr diese Folge weiter verteilt, also zum Beispiel bei den sozialen Netzwerken oder sie einfach auch Freunden, Familienmitgliedern einfach empfiehlt oder natürlich auch ein Like auf dem jeweiligen Podcast-Player Wahl oder Fünf-Sterne-Hinterlass. Das würde uns sehr helfen, dass die Folge noch weiter bekannt wird und der Podcast. Das wäre sehr schön und schön wäre auch, wenn ihr bei der nächsten Folge dann wieder dabei seid. Dort geht es dann nicht mehr um Industriepolitik, sondern einfach darum, wie läuft denn eigentlich der PV-Ausbau? Und wir sagen nochmal, er läuft ziemlich gut. Und warum das so ist, erfahrt ihr dann in unserer nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.